Ich hab das gemacht. Besser, gell? Ich weiß, was dir gefällt. Das ist mein Apartment da oben. Mein Quarto. Hab ich getroffen? Ja, wenn keiner dahin geht, werden wir, glaub ich, jeden Tag dort schlafen. Gute Nacht, ihr Süßen. Hast du die Finger bei dir? Du bist da. Du gibst mir jeden Tag mehr das Gefühl, mich wohlzufühlen. Mich gut zu fühlen, mich bei jemandem zu Hause zu fühlen. Ich tue mir auch. Aber won't you ever know that I'm in love with you? That I'm in love with you? You, soft and lonely. Baby! Hallo, guten Morgen, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Hallo. Guten Morgen. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds singing over me. Something doesn't feel the same. Ja, bei mir läuft's. Bei mir läuft's hier. Was soll ich erzählen? Einfach gemacht so. Stark, hab ich dir gesagt. Ich meine, mach nicht so laut und so. Die anderen sind schön. War nicht nur einfach ein Kuss, war schon mehr. Also war definitiv so von meiner Seite aus emotional. Sie kann sehr gut küssen. Ich hab auch richtig Bock, mit dir duschen zu gehen, ne? Ja. Richtig Bock, Digga. Ich liebe sowas, Digga. Das ist todesgeil. Also, dementsprechend soll genau so weitergehen, wie es bis jetzt hier läuft. Und alles ist gut. Na, ihr Süße. Na, du Süße. Bro, erzähl. BTF? Hä? Aber das war jetzt kein Pick. Vor allen Dingen, ich so, Marie. Und sie so, ich will das Ding. Aber sie hat das so süß gesagt. Marie. Das bin nicht ich. Eins weiter. Gewicht. Mega überraschend, weil sie ja eigentlich noch gar nicht bereit dazu war. Aber hab ich mega gefreut, fand ich voll süß. Ja, also es war, war super. Also kam das von ihm oder hast du ihm irgendwie so signalisiert? Ich hab ihm schon signalisiert. Ja, das hat sich gelohnt. Ihr habt noch nicht genug von unseren Singles? Dann gibt es mehr Videos hier. Und die ganze Staffel gibt es hier. ARD Text im Auftrag von Funk Mein Moment, ich weiß nicht. Genau, ich hab noch nicht genug von unseren Linus eingeladen. Was ich mit dir? Also war's auch immer noch gar nicht ges slut. Vielen Dank.